Oh, das ist eine Lücke! Ja genau und ich lande direkt auf dem Curb und kann deswegen nicht lenken und fahre gegen das Schild, weißt du? So viel Pech kann man echt nicht haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute wieder wunderschöne Kasten werden, ich habe den Osiris genommen, warum bekomme ich den Nero Custom? Wir spielen Transform-Rennfreundin, Neos Knights heißt das, mit dem Dennis Winter. Hallöschön! Okay, also klar. Oh Gott, das ist unkontrollierbar. Oh Gott. Ja, na klar, das geht schon wieder los. Wie ich einfach keine Flugzeuge fliegen kann. Ja, Flugzeug mache ich jetzt auch nicht so gerne. Das Rennen ist auch startmäßig bei Nacht, ne? Weil es ein Neon-Rennen ist, wieder so mit Neon-Bauteilen. Da sollen die natürlich bei Nacht zur Geltung kommen. Digga, dieses Flugzeug lässt sich mal richtig behindert lenken. Ah, jetzt habe ich meine Osiris. Unas Looper. Digga, wieso lenkt es so behindert, Digga? Ich lenke ganz leicht und es ist so empfindlich einfach, die Steuerung. Und, oh, ein Police-Boot, oder? Was? Wenn ich das schon sehe, Digga. Lul, alter, so ein fetter... Wie ich da überhaupt nicht fliegen kann, Digga. Das ist richtig behindert, Digga. Ich hab den Punkt bekommen. Verzeiht mir meine nicht-fahrenden Flugskills. Oh endlich wieder Auto. Mit dem Auto über dem Wasser, easy. Schönes Rennen, auf jeden Fall. Kann schon sagen. Ein paar Transformraces sowieso, die sind absolut cool. Mhm. Wieder Flugzeug. Oh man. Lol, ein Looping. Du wirst so verkacken hier, ne? Ein Looping in einer Röhre mit dem Flieger. Oh Gott, verkack ich ja fast. Aber wir haben es. Ich glaube das dürfte es im ersten Rund. Ne. Noch nicht. Hier kommt noch ein Wall, right? Ja. Wow. Round 2. Das ist leider ein bisschen zu viel Flugzeug meines Geschmacks. Ja, Tito. Ich kann zwar einigermaßen die Teile fliegen, aber ich mag sie trotzdem nicht. Ich kann sie überhaupt nicht. Obwohl die Hydra oder wie heißt, mit der komme ich ganz gut klar. Das ist durchaus auch ein bisschen das Flugzeug. Ja. 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 Wir versuchen es niet zu einfach andare zu. Absolutely. Ja. 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 Alter, das Ding kriegt ja eine Bombastische Kroben. Ist auf jeden Fall schnell das Flugzeug. So, ich bin dann glaube ich auch so gut wie durch. Jo, sind wir durch Freunde, unter drei Minuten die Runde nochmal geholt und wir sind da drinnen. Aber klar Freunde, dann würde ich auch sagen, kleiner Cut, bis zum zweiten Rennen. Da sind wir wieder, heute haben wir einen Rocket Voltic Parkour, hier nochmal am Start. Ja, mal sehen, nicht ganz so hart, 71% hat der. Das geht noch nicht. Ah, Leute, die haben das erst eingeführt. Das gab es damals nicht, da konnte man direkt, tschau. So, und da geht es mit dem dauerhaften los hier. Das ist ja scheiß Controller, wir drehen die ganze Zeit. Mach den mal hier weg, damit man den jetzt hier nicht hört. Oh mein Gott. Ich guck zu dir. Ich hab den Punkt, oder? Nein! Jawoll! Nein! Ich guck zu dir und fahr schnurstracks runter! Nein! Ohne Scheiß. Nein! Ohne Scheiß. Oh, Digga! Wenn du einmal falsch rauf fährst, das ist richtig. Alter Hass. Komm Wagen. Oh Mann, ey, das war so dämlich aufgewiesen. Ohne Scheiß. Ich bin gar nicht mal soo. Das ist ziemlich klar. Wo muss man denn hin? Ah. Ja, weil ich ja auch einmal verkackt hatte, deswegen. Ah, ich könnte dich noch einholen. Boah, die Lenkung und Bremsen sind echt eine Katastrophe über den Brang. Boah. Ja. Ja, ganz ehrlich, das ist ein Auto mit einem Raketenantrieb hinten dran. Was war das denn? Fahr gegen den Stab hier. 11 Sekunden. Lässt sich mit arbeiten. Boah, Digga. Mal guck dir diese Kurvenlage an, Alter. Ja, das ist doch... Hm? Sieht ja freudig aus. Oh, zwei Runden. Na wow. Dann gewinnt sie halt noch. Ja, natürlich. Immer zwei Runden. So viel Vorsprung habe ich nicht. Ich darf keinen bösen Fehler mehr machen. Da, wenn sie so nicht anpassen. Jetzt kommt her die Spirale. Ja. Das darf nicht verkacken. Ja, das darf nicht verkacken. Das darf nicht verkacken. Boah, Skill, Digga. Ja, na klar, holt er seine Hex raus, oder was? Was für Hex? Ey, Junge, wie schlecht habe ich denn das gemacht? Das war ja auch ja richtig gut von mir. Oh, Digga. Ja? Digga, Scheiße. Digga, guck dir das nochmal an, hier. Das war ein knappes Ding. Du verkackst dich Pirale. Na, jetzt hackst du wieder, nicht haken jetzt. Ja, irgendwo werde ich noch verkacken. Du wirst schon gewinnen. Ich verkack die Pirale jetzt selber, pass auf. Das war's. Wie geht's mir? Ja, ich habe es mir. Ja, ich bin mir. Ja, ich bin mir. Hahaha. Ja. Nein, ich hab den Punkt verpasst. Ich krieg ihn nicht mehr. Ich bin zu weit geflogen. Jawoll. Ich muss den ganzen Morgen nochmal fahren. GG. Das ist der Easy Sieg. Ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Ich fliege einfach zu weit. Alter, was ist denn das hier? Ich fliege 10 Meter zu weit. Ich weiß nicht, 100 Meter zu weit. Ich sage gut, aber nicht genau an der Kante. Ohne Scheiß, was ist das denn? Ne. Da krieg ich wieder... Da krieg ich wieder eine Axt. Nice, auf jeden Fall für mich. Damit gewinne ich auch mal ein Rennen. Äh, ja. Das hat's mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Zock, die sind auf jeden Fall auch. Hey, junger. Und hier lande ich, ja. Das ist einfach nur absoluter Quatsch. Ja. Einfach nur Quatsch. Das Auto ist schon so eine Zumutung, ne? Soll ich reinfahren oder noch kurz warten? Warte, gut. Was? Na, was ist das Grindelst? Genau. Was? Shay. Tschüss. Ja. Komm. Mann. Komm Play. SPD. Ist das? G презiert. Jetzt müsste es so gleich wunder sein. Wir fahren rein und haben das Ding gewonnen. Ja, auf jeden Fall gut gemacht. War wahrscheinlich ein bisschen lucky, weil wenn du den Punkt bekommen hättest, wäre es nochmal richtig spannend geworden. Aber so ist auch mal ein schöner Erfolg für mich. Damit steht 1 zu 1 für diese Folge. Ich würde sagen, bis gleich zum letzten Rennen. Letzter Rennen! Stunt Jumps mit dem Reaper 2 Runden. Wunderbar, von Abbey Constructions. So ist der Typ, glaube ich. Macht richtig nice Maps. Ich kann nicht, ich kann nicht die Maps. Jaa, Digga, easy. Nein, schwarz. Die Map heißt Jumps, bedeutet... Scheiße, ich fliege fast schon zu weit für den Sprung. Bedeutet, es werden viele Sprünge bei sein. Ja. Bedeutet, weniger potenzielle Zeit zum Einholen. Ah, 1,8. Ich bin verloren. Nee. Ah, kommt ja draus. Junge. Ich denke, es ist viel zu kurz. Das werde ich verlieren. Oh mein Gott. Er lenkt halt überhaupt nicht ein. Nein, fliegt doch nicht so weit. Ach so, doch. Wenn du nach links fliegst, kriegst du Speeds. Ich bin ja so freundlich. Ich habe ja Ehre. Ich sag das ja wenigstens. Aber du hast genau Ausgleiche gemacht wie ich. Viel zu weit rechts. Ja, ich kann nicht fahren, wo man hin sollte. So, hier soll jetzt irgendwo noch ein Punkt sein. Ja, da. Oh, Runde 2. Ja, also wenn ich jetzt fehlerfrei fahre, darf dann mir nichts mehr passieren. Aber... Peine Kleinigkeit und es sieht anders aus. Auf jeden Fall eine schmueve Map. Ja. Ich will fahren. Das wird nicht mehr reichen. Ich komme zwar immer mal wieder ein paar Zehntel ran, aber... Das wird nicht reichen. Ich gehe mal in den Zehntel wieder schneller. Da bin ich kurz gerutscht. Das hat mich ein paar Millisekunden gekostet. Wenn nicht sogar Sekunden. Nee. Wofür nicht? Na, doch. Ah, so weit weg bist du gar nicht mehr. Ich bin auch gerutscht. Die scheiß Bowlingdinge waren im Weg. Ich komme schräg. Ich komme schräg. Ja, das hat schon... Boah, das ist eine Lücke. Uh. Ja, genau. Und ich lande direkt... Ich lande auf dem Curb und kann deswegen nicht lenken und fahre gegen das Schild, weißt du? So viel Pech kann man echt nicht haben. Nee. Aber gut. Ganze... Ganze Sekunden, die wir da aufgeholt haben, sind ja weg. Ui. Kein Anstrengung. Alter, ich hänge. Ja, also. Lel. Cool. Spawn. Nee, aber... Aber sorry. Ich wollte da einfach durchfahren. Und dann ging ich im Zaun. Ja, ist klar. Nice and nice. Diese Runden gehen wohl an mich. Hat sich Dennis den Folgensiege geholt. Damit war es auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge ist er weiter mit. Mein erster Folgensieg. Mit einem nicem Rennen. Freunde, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ben. Musik Musik